Heyo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay von mir, dem Magic Doom. Er spielt jetzt dieses Gameplay von Sergeant These. Der spielt auf der Map Fallen Abschuss bestätigt. Dabei hat er seine ACR in Gold mit Schalldämpfer und eine Zweitwaffe für die USP45 Taktik im Akimbo Modus. Dann hat er als Wurfzeug dabei die Wurfmesserchen und die Blendgranaten. Seine Perks sind Plünderer, Hardliner und Meisterschütze. Und seine Pointstreaks sind die Predator, der präzise Luftschlag und die Cobra. Ja, das ist eigentlich ein recht schönes Gameplay muss ich sagen. Also, ja, zu Anfang ist es ein bisschen defensiver und dann später, ja. Ja, zuerst möchte ich mich auch entschuldigen, dass ab und zu die Maus, ich glaube zu Anfang nur im Bild zu sehen ist. Das lag daran, dass ich in Fraps noch die Einstellung hatte, mal nehme bitte die Maus auf. Habe ich aber jetzt wieder weggemacht, also ich weiß nicht, wie oft man hier zieht. Und ja, ich habe dieses Gameplay jetzt ausgewählt, ich habe noch ein anderes Parat, aber das ist für das Thema, was heute kommt, etwas besser. Es geht mich darum, wie ernst sollte man MB3 emotional und Sonstiges sehen, wie weit sollte man da gehen. Also, er spielt hier ein sehr schönes Gameplay. Manchmal könnte man schon denken, dass er heckt, weil er da aus Ecken schießt, wie da zum Beispiel. Durch die Wand, was natürlich bei MB3 möglich ist, dass man auch durch die Wand tötet, was aber viele nicht wissen und deswegen losflamen. Zumindest gibt es halt ab einem bestimmten Punkt bei MB3 einfach nur noch Ausraster. Die hatte ich, ich glaube, gestern. Ich habe übrigens doch Prestige gemacht, das war halt ein Fehler. Ich habe halt mit TheMineProGamer am Wochenende gezockt und dann hat er gesagt, boah, das neue Prestige-Symbol, das sieht ja eigentlich nett aus, das nehme ich doch. Und dann hat er mich gefragt, sollen wir das zusammen Prestige machen? Und dann habe ich gedacht, okay, tue ich mir das an. Ich habe mir dann auch mal die UMP angeguckt, weil in den Kommentaren stand, ich sollte mir mal die UMP angucken. Und ja, ist gemacht. UMP ist eigentlich recht nett. Aber ich habe zur Zeit wieder mein Type-1, mein Type-1 und ja, den lebe ich gerade aus. MPs sind gerade nicht so meine Favoriten. Eher die Usars und die Type-95, das sind momentan meine Lieblingswaffen. Aber zurück zum Thema. Dann war er halt weg und dann war ich irgendwie Level 23 oder so. Und dann habe ich einfach nur noch verkackt. Andauernd verkackt, 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 verkackt. Ey, nur noch Minus-Scores und ich denke mir so, bah, nee. Aber du, ich hätte keinen Bock aufzuwenden. Ich hatte ja irgendwie noch Bock zu zocken, aber irgendwie auch nicht. Das war so ein Mischmasch. Und dann wurde ich halt sauer. Und boah, wenn man sauer wird, dann flamelt man halt über alles. Aber, okay, es gibt manche Sachen, über die kann man sich aufregen. Aber jetzt gleich fängt es schon an. Die schreiben irgendwas auf Französisch mit Hacker und Hasse nicht gesehen. Und Support, äh, meldet ihn beim Support und so. Und er hackt ja nicht. Das sehen die Leute halt nur noch, weil sie einfach nur am Verkacken sind. Viele Leute können einfach nicht dazu stehen, dass es bessere Spieler gibt als sieben. Es gibt immer einen besseren als dich selber. Also es gibt immer einen besseren. Da gibt es halt viele, die das nicht einsehen können. Ich weiß, es gibt tausende von Spielern, die besser sind als ich. Aber es gibt auch tausende von Spielern, die schlecht sind. Das weiß man auch selber. Aber, äh, die Meinung sollte man nicht vertreten, dass alle Leute schlecht sind als einen. Also, ähm, da gibt es extremes Geflame. Dann gibt es auch noch, okay, hm, ja, wenn es ein wirklicher Hacker ist, der gehört aus der Lobby geflamed. Ich hatte zur Zeit, rennen viel mehr Hacker rum, ist mir so aufgefallen. Vielleicht sollten die mal was patchen, damit, äh, weniger Aimbotter und sowas unterwegs ist. Also das, äh, nimmt in letzter Zeit, äh, größere Masse an. Und ich bin der Meinung, das muss nicht sein. Denke ich mal. Also, das finde ich gar nicht schön und es versiebt auch sowieso den Spielspaß. Ich habe mir sowieso vorgenommen, ähm, MW3 lockerer anzusehen. Ich werde mich einfach nicht mehr aufregen. In den letzten zwei Tagen klappt es eigentlich relativ gut. Ich habe mich bis jetzt nicht einmal aufgeregt. Ich sage, wer mich einer tötet, ist gut, mach's das nächste Mal besser und sonst was. Und seitdem spiele ich auch bessere Scores. Das ist wirklich so. Also, wenn ich mich konzentriert und beruhigt an Spielsätze, dann reißte ich einfach viel bessere Scores. Ähm, ich hatte letztens so einen Fall. Okay, da bin ich wirklich ausgetickt, aber leider nicht mit der Volvik-Flasche. Das war noch letzte Woche vor dem Prestige. Da habe ich Dome gezockt. Ähm, ne, nicht Dome, sondern Seatown. Seatown ist eigentlich meine totale Hassmap. Ich bin da schon mit einer negativen Anstellung reingegangen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich war in einem Haus drin. Und die sind da einfach nur hochgestürmt und ich habe alles umgemetzelt. Und dann waren wir bei 22 zu 0. 22 zu 0. Ihr wisst, was das heißt. Mit Hardliner, wäre das, glaube ich, ein Abschluss vor der Moab gewesen. Wenn ich mich da täusche, wären es drei gewesen. Aber so nah an der Moab war ich in meinem Leben, in meinem COD-Leben noch nie. Ihr wisst, es ist mein erstes MW bzw. COD. Und, äh, da muss ich sagen, äh, ist das für mich das größte Highlight, was ich bis jetzt haben konnte. Und dann kommt es. Leute, boah, nein. Da, da, da wurde ich aber, da habe ich ihn auch im Chat angeschrien. Im Voice-Chat. Da kommt dann halt so ein random Bob und denkt sich, ich werfe doch mal ein Wurfmesser rein. Und ihr kennt doch, bei C-Town, unten ist die Tür, da drüber ist das Fenster. Er trifft oben die Fensterlade, prallt ab und trifft mich genau in den Kopf. Ey, ich denke, boah, nein. Wenn ich mich schon wieder dran erinnere. Da kommen mir die Tränen, Alter. Da kommen mir die Tränen, Alter. Oh, ich war kurz vor meiner allerersten Moab. Der MOAB, der Nuke, der, 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 der alles, Fister, Wister. Und, boah, ey. Das war so schade. Ja, und dann habe ich erst mal meinen Stuhl weggeschmissen und habe ihm erst mal im Voice-Chat voll angeschrien. Du kannst doch nicht ein Wurfmesser da reinwerfen. Komm doch wie jeder verfickte Mensch da hoch und werde gefickt von mir, ey. Ich hätte einfach die Position wechseln sollen und einfach immer noch campen. Aber ich habe gesehen, die sind wirklich alle. Das ganze Team ist einfach mal reingelaufen. Ich habe sie mit der PP90M1 schön alle umgehauen. Ich weiß jetzt nicht, ob Hardliner für Moab zählt, weil ich hatte noch nie eine Moab. Ich habe zwar schon viele Moab-Gameplays gesehen. Das hier ist leider keins. Aber waren wir schon da dran. Aber trotzdem ein netter Score. Und, ach Gottchen, Leute. Ach Gottchen, ach Gottchen. Ja. Und hier seht ihr jetzt auch schon, er hat vielleicht den Chatverlauf verfolgt. Er wird weiterhin zugeflamed, bunt ihn und beleidigen ihn für Sachen, die er nicht kann. Er hat halt ein gutes Aiming, präzises Aiming. Es ist auch vielleicht ein bisschen Glück dabei, dass er Leute durch die Wände trifft. Aber deswegen muss man doch nicht so ausrasten. Und jetzt stellt euch mal vor, er wäre... Man würde irgendwann einen Support, ähm, Report, meine ich natürlich. Oder beim Support melden. Und dieser, ähm, wird dann wirklich gebannt, obwohl er nichts gemacht hat. Für eine Tat, die er gar nicht, ähm, irgendwie vollbracht hat. Das wäre natürlich auch schlimm. Wobei, das passiert eigentlich selten. Ich muss auch ehrlich sein, dass der Steam-Support oder generell der Support eigentlich bei gar nichts reagiert. Ich habe schon so viele Hacker gemeldet und ich habe schon einige wieder getroffen. Die COD-Welt ist halt klein und man trifft halt auch Hacker wieder. Heute hatte ich wieder so einen Fall, ey. Boah, da war sogar ein ganzer Clan, der am Hacken war. Da waren irgendwie drei, vier Leute in der Lobby. Die haben sich zusammengepackt und hatten dann halt ihre... Wallhacks. Wenn ich weiß, was ein Wallhack ist, man sieht halt die Leute durch die Wand und kann sie dadurch anvisieren. Und Wallhack ist zusammengepackt mit dem Aimbot. Das ist einfach das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, und ja. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich wollte mich dringend überaufkriegen. Ich bin einfach aus der Lobby gegangen, habe mir nichts dabei gedacht. Ich denke mir nur, im Hinterkopf leicht. Vielleicht sollten die mal ein bisschen was patchen. Wird sowieso mal Zeit. Ein paar Waffen gehören einfach mal wieder ein bisschen abgeschwächt. Ähm, ein paar Shotguns. Ein paar Sniper. Ja, alles drum und dran. Also meine Lehre aus diesem Thema ist eigentlich, geht MB3 ruhig an. Ich spreche mittlerweile aus eigener Erfahrung. Wenn ihr das Spiel ruhig und entspannt angeht, als wäre es Minecraft oder sonst irgendwas, dann habt ihr genauso viel Erfolg oder noch besseren Erfolg. Als wenn ihr da mit 180 reingeht. Natürlich gibt es Situationen, die sind vor allen Dingen bei Shooter herausragend, wenn man einen hohen Score hat. Oder wie bei COD vorne ein Nuke steht und dann dumm stirbt. Wenn man durch eigenen Fehler stirbt, muss man sich natürlich selber gestehen, dass man schlecht war. Aber wenn man durch so ein dummes Wurf... Boah, dieses scheiß Wurfmesser. Wieso hätte er nicht eine Granate, eine Samtex, die hätte ich zurückwerfen können oder ich hätte rausrennen können. Aber wieso denn ein Wurfmesser und dann so ein Lucky Shot? Ey, oh Mann, 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 Mann. Ne, 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 nicht. Nur mal aufregen. Ähm, ja, also geht ruhig an's Spiel. Das ist, äh, die Moral der Geschichte. Denn dann ist alles gut. Nun ja, wir nähern uns auch schon bald dem Ende des Gameplays. Es, ja, es sind auch ein paar geragequit getittet. Und von daher konnten sie das Spiel nicht, äh, bis 0 zu Ende spielen, aber sie standen kurz davor. Und, ähm, jo. Das Gameplay nähert sich dem Ende. Der Endscore ist 46 zu 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und, äh, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Gameplay. Sendet mir eure Gameplays. Ich bin für alles zu haben. Mein Steam-Name steht unten in der Beschreibung. Man sieht sich. Bis dann. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020